Ich bin am Flughafen. Das hier war der neue Terminal. Überall Einschusslöcher. Sogar auf die Kirchen haben sie geschossen. Unglaublich. Ich bin jetzt hier mitten in Donetsk vor der Geburtsklinik, die am Montag von der ukrainischen Armee beschossen wurde. Dieses Viertel, es wird so dermaßen zerschossen in den letzten Tagen von der ukrainischen Zeit und zählt einfach keiner drüber. Im Westen, das ist unglaublich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, wir fahren jetzt wieder mit André in die Graue Zone. Dieses Mal haben wir ganz viele wunderschöne Geschenke für die Kinder dabei. So, wir sind jetzt in Gorlovka angekommen und wurden schon wärmstens erwartet. Eigentlich wird hier seit Monaten jeden Tag geschossen. Dann wurde gerade erzählt, der Sascha wurde hier in seinem Garten verwundet, wurde auf ihn geschossen. Seitdem hat er keine Beine mehr. Hallo zusammen. Ich war jetzt drei Monate lang insgesamt in Donetsk. Für diejenigen, die es mir nicht glauben, hier sieht man hinter mir die Flaggen. Na gut, da ist auch eine russische dabei, aber die daneben mit dem schwarzen Streifen oben, das ist die Flagge der Donetsker Volksrepublik. Ich werde jetzt in ein paar Tagen auf die Krim fahren zu meinem Vater. Das Gesehene verarbeiten, das habe ich dringend nötig. Fällt mir gerade ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Merkt man vielleicht auch an meiner Stimmung. Ich werde aber wieder zurück nach Donetsk kommen und weitermachen. Wollte euch nur aber einen Zwischenbericht nach drei Monaten geben. Was kann man dazu sagen zum Leben in Donetsk? Das Zentrum ist ein normales Stadtzentrum mit Kaffees, wie man hier sieht. Ich trinke hier einen Cappuccino, der für die Menschen, die hier leben, viel zu teuer ist. Aber für uns, ich meine, das kostet einen Euro. Für die Deutschen ist das natürlich nichts. Geschäfte sind geöffnet. Man kann hier alles bekommen, selbst Dinge wie Reismilch oder alkoholfreien Glühwein aus Deutschland. Selbst sowas habe ich gesehen. Die Wirklichkeit sieht aber doch anders aus. Am Anfang dachte ich, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Die Leute leben ein normales Leben. Aber wenn man sich dann mit denen unterhält, dann merkt man doch, dass sie sehr unter dem Krieg leiden. Man hört permanent Schüsse in der Ferne von der Grenze. Und die meisten Menschen leben eben nicht im Zentrum, sondern doch in den Randgebieten, wo es teilweise kein fließendes Wasser gibt. Wo auch mal die Heizung ausfällt, so wie bei mir. Ich habe auch bei minus 15 Grad draußen dann im Wintermantel in meinem Bett geschlafen. Ich weiß, wie lustig das ist. Nicht lustig. Vor allem die Menschen in der grauen Zone, was man da sieht. Also Menschen ohne Beine, kranke Menschen, Menschen, die in total heruntergekommenen Häusern mit kaputten Dach leben, ohne Heizung, unterernährt. Ihr wisst, ich habe dann angefangen mit André Lysenko, eben Essen und auch Schokolade und sowas jetzt zu Weihnachten in diese Zonen zu bringen. Das ist unbegreiflich. Ich kriege schon Gänsehaut. Wie die Menschen sich da freuen über so ein bisschen Schokolade. Die haben einfach keine Freude mehr. Sie leiden seit acht Jahren unter diesem Krieg. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich hart. Das ist ein bisschen Schokolade. Drakkarsen последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количество военнослужащих и летального вооружения поэтому с сегодняшнего дня 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации обращаюсь ко всем мужчинам республики nicht so gut wie immer. Hallo zusammen, ich bin jetzt wieder in Donetsk. Ich bin gerade eben eingereist und hier jetzt wieder zu Hause, wo ich wohne. Die Einreise war nicht ganz so leicht wie immer, also die sind sehr skeptisch natürlich, wenn Sie sehen, ich bin in Deutschland geboren, ich habe einen Akzent, die haben viele Fragen gestellt. Aber hat alles geklappt. Ich habe die Zeltlager gesehen für die Flüchtlinge aus dem Donbass. Ansonsten, ich habe hier kein Wasser. Ja, das ist Trinkwasser. Das da unten ist so ein großer Kanister, der mir netterweise vollgefüllt wurde mit so Regenwasser. Damit muss ich mich jetzt waschen. Die Ukrainer haben nämlich eine Wasserfilteranlage zerstört. Sorry, ich bin müde. Ja, nicht ganz so witzig. Und ansonsten sagen die auch, die, wo ich gemietet habe, dass das schon heftig war jetzt die letzten Tage. Ziemlich intensiv und laut geschossen. Einige sind auch ins Stadtzentrum vorübergehend umgesiedelt. Ja, ansonsten ist es jetzt aber recht still. Also ich habe es nicht knallen gehört bisher draußen. Gucken wir uns mal morgen die Lage an. Ich werde mich melden. Okay. As you can see, blue sky, little wind, not too cold, quiet. But I think that's gonna change pretty soon. I think there's gonna be a lot of shooting around here. How was it the last days? Last few days a lot of shooting. Since, since Russia announced that they were going to recognize the republics and bring in peacekeepers. The Ukrainians have escalated their provocations quite a great deal. Right now there's no water here in Petrovsky District. Most of the districts in Donetsk City have limited or no water, which is a serious problem and will probably be ongoing for a while. The electricity was shot out in one area. What area was that, Maoni? Where the electricity was bombed? Next to the hospital here in Petrovsky. Here also the electricity was shot out and then when the repairmen went, they were bombed again. So it's continued provocations. Russia, I think, very shortly is going to put ends to it the hard way. And that's the only way this war will end. So the sooner that we do it, the better. Good luck to all good people. Bad luck for Nazis, but we'll put them out of their misery. It's the 24th February 2022. The war is broken. Russia has begun. The military bases, the Waffenlager and so on in the Ukraine was bombed. Kharkov was taken eingenommen. The city is reported. Here in Donetsk, in the center, it is quite calm. In the center, it is quite calm. In the background are explosions to hear, but that is for the residents nothing new. They go to their everyday life. The streets are relatively empty. Here you can see behind me a message. We are the Russian Donbass. Also the people here, they really want to belong to Russia. They celebrate the current situation. I'm Alina Lipp. I'm a German German journalist. And here in Donetsk, a half year, I live in here and, yeah, beleuchte eben the situation in Donbass, in the Ukraine. And therefore, eh, wurde ich jetzt von den deutschen Behörden, yeah, man kann schon sagen, angegriffen. Also, zuerst wurde mir nur mein Material gelöscht auf verschiedenen Plattformen im Internet. Dann wurde mir mein Bankkonto geschlossen. Es wurde das Bankkonto meines Vaters geschlossen. Und gestern habe ich Dokumente von der Staatsanwaltschaft bekommen, dass jetzt sogar ein, ja, ein Strafverfahren gegen mich eröffnet wurde. Und jetzt... Ich eröffne die deutschen Verkaufs. Das heißt, hier in Maripol, er wurde Was hat Russland verraten? Was hat Russland verraten? Was hat Russland verraten? Das ist jetzt nicht alles. Die Russland verraten. Die Russland verraten. Das heißt, Sie nicht in die Zukunft verraten? Nein, natürlich! Dort ist Russland. Wer war der Brat? Die Brot! Was ist das in Deutschland? Was ist das in Deutschland? Gäste haben wir das in Deutschland? Aber warum nicht aus dem Wasser? Die haben wir in einem Ort? Und die sind noch in Amerika? Was ist das? Was ist das in Deutschland? In Amerika? Was ist das? Wir haben die Europa und alle. Menschen geben, wir haben. Danke, dass wir uns aus dem Wasser auslöscht. Ich habe 8 Jahre, ich habe nicht in Donetsk und ein Freund. Ich habe nur ein Freund. Danke, Russia! Und was macht das mit einem, wenn man hier so lebt, in Donetsk? Es macht sehr viel mit einem, würde ich sagen. Es ist ja auch nicht nur, dass es nur einmal am Tag Wasser gibt, sondern es gibt auch viel weniger frische Lebensmittel, als ich es gewohnt bin, was auf die Gesundheit schlägt. Und es wird jeden Tag geschossen. Gestern Nacht konnte ich auch erst wieder um zwei einschlafen, weil zwischen zwölf und eins sehr, sehr laut und sehr nah geschossen wurde von den Ukrainern. Und man hat natürlich schon so ein bisschen Angst, mal wieder, na, kommt es jetzt doch irgendwie in deinen Stadtteil oder nicht? Und so als Frau kann ich auch sagen, ich habe jetzt schon drei Monate meine Monatsblutung nicht bekommen. Das schlägt wirklich alles auf die Psyche, auf die Gesundheit. Ich weiß gar nicht, wie die Menschen das hier acht Jahre lang ausgehalten haben, ehrlich gesagt. Es gibt auch Fälle, wo Kinder einzelne graue Haare bekommen haben und ganz viele andere schreckliche Symptome von dem Beschuss. Und ja, ich weiß nicht, ob jemand das alles auf sich nehmen würde für Geld. Also ich bin wirklich einfach nur, ich kann nicht anders. Ich habe einfach diese deutsche und russische Seite in mir. Ich bin Russin und ich bin Deutsche. Ich liebe Deutschland, ich liebe Russland. Und dieser aktuelle Konflikt, der ist für mich unerträglich. Dieser Konflikt zwischen den beiden Ländern. Und hier ist das Zentrum dieses Konflikts, die Ursache. Deshalb kann ich nicht anders als hier zu sein und mein Bestes zu tun, dass beide Seiten sich besser verstehen. Ich vermittel zwischen beiden Seiten. Ich übersetze vor allem eben diese russischen Nachrichten, die in Deutschland eben nicht ankommen. Und ich finde das absolut heftig, dass die deutschen Medien tatsächlich, so wie in diesem Monitorbeitrag jetzt vorgestern, diskutieren, dass es gefährlich ist, die russische Meinung in Deutschland zu zeigen. Also es ist gefährlich, die Meinung eines anderen Landes darzustellen. Wie bitte? Wo ist die Meinungsfreiheit? Damit seien die doch automatisch, die geben doch automatisch damit zu, dass Deutschland mittlerweile eine Diktatur ist, wo es keine Meinungsfreiheit mehr gibt, wo nur noch eine Meinung akzeptiert und gehört werden darf. Das ist einfach nur unfassbar. Naja, aber ich wollte euch das alles einfach mal zeigen und euch das mitteilen. Liebe Grüße. Alles wird gut. Ja. Wir победen.